Natürlich vor. Wo hast du denn den Wegstein sonst immer hergenommen? Aus Mine. Naja, dann kommt der Wegstein wohl unter der Erde natürlich vor. Und hier unten am Ufer des Flusses, am Grund des Flusses, ebenso. Das könnte dann auch gut sein, dass das sein wird. Ja. Ich brauche viel Wegstein für einen neuen Weg. Ja, das ist wichtig. Und vielleicht können wir auch die Wege irgendwann mit anderen Dingen bauen, als mit diesem Wegstein, denn er, weiß nicht, man läuft recht seltsam auf ihm. Finde ich. Man kann versinken. Ja, ein wenig, ja. Also ich finde ihn darauf angenehm. Ja, aber es geht immer besser. Unten seinen Birkenbaum. Jetzt nur so eine Frage, wie geht ihn besser? Hast du schon versucht, Wege aus Steinen zu bauen? Wege aus Steinen, aber Steinen seien kalt. Ist Wegstein denn nicht kalt? Nicht so kalt wie Stein. Aber du hast doch etwas an deinen Füßen, oder nicht? Ja, aber ich ging gut auf Wegstein. Ja. Hm. Ist dir denn etwa auf dem Weg, den Kortok gebaut hat, kalt? Ich auch, Borgenfrau. Was ist der Tun mit Katarag? Nein. Ja, noch nicht. Oh mein Gott. Oh, sollen die ihn zu Bett? Ich habe gar nicht gemerkt, dass es schon so spät ist. Ja, Fackeln sein hell. Aber ich muss sagen, die Fackeln, die halten die Monster ganz schön gut fern, oder? Ich habe jetzt kein einziges gesehen. Hier in der Dorfmitte müssen wir noch hin. Ja. Hä? Wieso liegen hier, wieso liegen hier Holz auf dem Boden? Ah. Ja, werden. Sauer, gehen jetzt schlafen. Hier ist ein Garstik-Kreatur. Aber ich werde nicht werden kämpfen gegen was. Nein, ich gehe hin zu Bett. Nein, hier ist ein Schieß-Kreatur. Ich will vielleicht doch gehen zu Bett schnell. Ach, schlafen. So, jetzt. Na, ich brauche auch noch mal Essen. Schöpfel sollen verbrennen. Aber haben ja Fleisch. Also, ihr meint... Aber ich sage, ich habe ihren Dienst. Ja. Also, ihr meint, ich soll einen Bahnweg aus Stein? Ja, das meine ich. Dann werde ich Bahnweg aus Stein. Wo ist sein Fleisch? Fleisch sein, ähm, in mein Haus. Dürfen nehmen? Ja, wir dürfen nehmen. Okay. Na, wir brauchen da auch noch... Oh, haben... Oh. Haben hier... Was ist denn das an der Tür? Haben da reingemacht? Ja, haben reingemacht Fleisch. Das sei... Ich nicht wissen, was das ist. Ich werde nicht haben Namen. Ich werde nennen... Rahmen. Haben nur so wenig... Fleisch. Oh, okay, das sei nicht. Wir haben Fleisch von Huhn, ja. Ich nehme Hälfte. Ich werde... Wir werden haben viel Fleisch von Huhn, denn wir haben sehr viel Huhn. Aber auch eben haben Fleisch von... Ähm, von Kuh. Ich war gestern andauernd, dass... Vater haben zu mir gesagt, ich soll ein Essen für Dorf reinmachen. In Kiste. Ja, das ist wichtig. Aber ich mache einfach mal so rein. Ja, ich würde auch gerne töten Schwein, aber wir haben zu wenig Schwein. Ich nicht wollen töten, so viel. Oh, ja. Sein viel Wald weg. Ich mache noch einen weiter... Umsetzen-Fackel. Ich werde keinen Birkenbaum wegmachen. Nein. Okay. Vater haben gesagt, ich soll nicht machen. Ich soll keinen Birkenbaum wegmachen. Natürlich, das... Ach, dürfen nicht. Es ist wahr. Das wäre nicht erlauben. Birkenbäume sind heilig. Wir dürfen... Wir dürfen sie nicht abbauen. Jetzt auf einmal. Vater haben erzielt. Zumindest dürfen wir... Zumindest dürfen wir sie nicht so behandeln. Jeder Mensch macht Fehler. Doch die Götter werden uns unserem Fehler vergeben. Na, ich will nicht nicht glauben. Na, kriegen Strafe. Oh, sein... Sein Pilz. Sein Großpilz. Kleinen Hohn bleiben stehen. Fühlen schön an. Fühlen schön an. Ich werde ihn abbauen, damit wir ihn essen können. Ah. Magst du keine Pilzsuppe? Doch. Aber nicht viel und nicht falschen Pilz essen. Sonst nicht gut gehen. Ja. Ich glaube ich auch werden töten ein paar Schafe. Aber Schafe nicht geben, ähm... Fleisch, ja. Hier ist ein... Oh Gott. Oh. Hier ist ein Schleicher neben Gehege. Ich habe Angst, dass ich springe in ein Gehege. Jetzt sei noch mein Dach. Jetzt sei eine Gehege von Schaf. Oh. Habe ich ein... Nein. Aber bitte nicht töten zu viele Schafe. Und ich habe... Ich habe keinen Bogen. Ich muss mir mal wieder einen Bogen bauen. Ne, schon auch nicht. Ah, das ist dann gut. Ich wollte mal wieder angeln. Irgendwie komme ich dazu. Ich stelle dich von deinem Dienst frei. Du kannst angeln gehen. Oh. So nett. Ich mache noch schnell den Baum weg. Geh angeln und ich werde weiterhin die Bäume fällen. Danke. Gut. Tu, was du möchtest. Du sollst auch frei bekommen. Danke. Ich will ja auch Essen für... für Dorf. Brauchen... Hier geben noch Axt. Wir brauchen... Brauchen noch Axt oder... Brauchen nicht mehr. Ja. Ja, äh... Ja, ich... Ich benötige noch eine Axt. Ah, muss sein. Ich bin in meinem Haus. Legst du ihn mir vor die Tür. Ja, machen. Ich gebe ihm einfach mal ein paar. Na, so reichen. Oh, äh... Hat jemand einen... einen Spinnfaden? Ja, haben. Einen. Ah, ich komme gleich wieder zurück. Haben noch von Angel. Kommen. Ah, danke. Danke. Ach, haben schon. Oder... Nein, nein. Ja, ähm... Nein, äh... Sein da. Ja, sein da. Ähm... Gut, danke. Brauchen noch Axt? Nein, 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 ich habe genug Axt. Ich nehme wieder mit. Ah... Danke. Ich werde mir einen Bogen bauen. Ja, ich brauche ihn auch. Damit ich mich auch gut verteidigen kann. So, es ging an. Ich habe nichts gesagt. Ja. Das heilige Gebäude muss doch eine gewisse Größe und eine gewisse Ehrerbietung haben. Oder besser gesagt, wir müssen dem Gebäude eine gewisse Ehrerbietung entgegenbringen. Und den Göttern natürlich. Ich habe einen Fisch. Und es wird dunkel. Zeit vergeht schnell, wenn man sich amüsiert, nicht wahr? Ja, ich wollte nach Bonn heute einen neuen Weg fertig. Okay. Nein, ich wäre hinausgegangen nie. In den nächsten Tagen. Ich hoffe, ich werde es schaffen. Er sieht wundervoll aus, nicht wahr? Ah, wenn Bäume vor meinem Haus weg sein. Es zeigt die Stärke unseres Volkes. Es zeigt die Stärke unseres Anführers. Ich glaube, ich werde morgen... Ich glaube, ich werde morgen... ... ...